Ohne Zonen auch kein Sieg. Erobere sie und eliminiere deine Gegner. Der Feind hat Zone C eingenommen, was Zone A erobert. Der Feind hat Zone B eingenommen. Sie haben den Vorteil. Zwei Fahrt erwischt. Was kann euch aufhalten, wenn ihr zusammenkämpft? Nichts. Einer nach dem anderen. Zone A verloren. Das ist ein Powerplay. Erobere die Zone zurück. Zone B erobert. Der Vorteil liegt bei dir. In der Mehrheit liegt die Krafthüter. Exzellent. Zone C verloren. Sie haben den Vorteil. Ausatmen. 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 Die Zonen-C erobern. Der Zonen-Vorteil liegt bei dir. In der Mehrheit liegt die Kraftmüter. Exzellent. Zweifach erwischt. Ein Einsatztrupp geht durch dick und dünn. Die Zonen-C erobern. Powerplay! Lass nicht nach! Zone B verloren! Zwei-Fach-Wertel! Was würde ich nur darum geben, endlich wieder außerhalb dieser Mauern zu kämpfen? Ich würde ein Wechsherz mit meinen Zähnen herausreißen, die Kabale mit meinem brennenden Licht versengen, würde die gefallenen Kells zu Zweikämpfen herausforderlich. Ich habe mir zu viele Schmelztiegel-Matches angeschaut. Zone A verloren! Der Feind hat den Zonenvorteil! Zone D erobert! Der Zonenvorteil liegt bei dir! Zone D-, assure es geht! 2 1 Das war's. Noch ein geschickter Zug und der Sieg ist dein. In der Mehrheit liegt die Krafthüter. Exzellent. Drei Minuten. Geht nicht nach. Dann ist die Schlacht dein. Ein sauberer Sieg. Du kämpfst um diese Zonen wie ein Tier. Bringe deine Freunde vorbei. Ich brauche mehr von deiner Sorte. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.